Oh, crazy Dave, man! Er hat HIT auf jeden Fall Nein! Wir verbluten gleich Das ist ungeil Was ist das des Todes? Der Tod der Boy Dann gehen wir Richtung Extract und schießen alles aufm Weg um, würde ich sagen gehört für den Choke nochmal zu haben aber geht nur einmal Ist schon okay, Frieda Ich mein Technically gibt's auch Giftsubs, ne? Komm rein Hat der auf dich geschossen? Ich glaube ja Und wo war das? Es hat sich Inside angehört irgendwie Nee, Outside Wo ist der? In dem Gebäude, glaube ich Oh ja Hatten HIT Made? Not sure Habe ich geworfen, ja Push hin Ich muss mich kurz Er ist tot auf jeden Fall Oh klar Erster Shotgun Kill, let's go Perfekt Ich denke mir, du hast alles gelootet, Fabi Ne, der Vase ist hier oben Warte mal, Vase, Vase, Vase Ich glaube, ich brauche noch einen Teapot Und keine Vase Ja, ich kann die leider nicht verwandeln Bin ich Jesus Weißt doch nicht, ob Jesus damals Vasen in Teapots gemacht hat Hat er? Hat er? Krass Mh Ich Ok, also Resümee EOTech ist auf der Shotgun definitiv angenehmer Er hat Propalengas gefunden Wut Tell me where Äh, oben In der Dunkelback Hallo, hallo Wie ist deine Razzia? Er kommt noch rein Komm noch rein Er war ja ein bisschen rüber Strom wurde angemacht Oh, interessant Lass den abcampen hier Ja, er rennt auch noch irgendwo ins Gaff rum Kann ich wieder reingehen? Ich hab bei Old Gas keinen gesehen Ne, wir sind bei dem Warehouse Wo wir vorher mit den anderen gefightet haben Ich bin noch im Also du kannst auch hinterher kommen Gerade im Moment noch safe Wie du willst Oh, jetzt war da genau ein Wassertropfen in der Tür Willst du mich verarschen? Was ist da los? Weil über Shortcut zurück macht doch niemand Der hier sich stumm anmacht Nee, kommt was Ja, 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 ja Ja, 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 ja Wenn der wüsste, was für ein Empfangskomite hier bereitsteht Also du kannst doch wegschießen Wenn du uns siehst, ne, ist cool Ich glaub jetzt kommen da Ja Das ist halt bei der Shotgun ein bisschen langweilig, weil die Sekunde halt trotzdem bloß ein Schuss ist, ne? Trotzdem hat's mich etwas überrascht Aber danke für die 150 Spies Ja 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 Behind dem Haus Oh, I got one Another one on my side I'm dead Shit Holy shit That was closer I heard The dude behind the house louder than the dude right next to me Wir laufen die Raids heute so, ähm, durchwachsen, aber ich würd sagen, überwiegend erfolgreich Ich muss halt Shotgun-Kills machen, ne? Ist bisschen Ist immer so mal so Oh, Dom's Bar, let's fucking gooo Are they already pushing L, or are they still on the right from Mainzas? Oh, yeah, they're pushing L, they're throwing nades down my hallway Shit, there's still one on my right, I think I'm pushing him They're pushing towards me Oh, no I got one Okay, second one got me He's an L Let's fucking gooo Ten more player kills Let's go Oh shit Dormspawn Nah We should keep an eye on our money, right? Player ahead Hat gefressen, ich muss reloaden Wo ist der? Da ist er zu der Hütte gelaufen, wo der, äh, Mad-Loot drin ist Den grad nicht mehr Ich schmeiß ne Nade Gute Idee Ich fress, äh, Bankhüller Und dann pushe ich rechts rum Und ich schluss links Hier ist ein Toter Hä? Haben wir den jetzt schon gekillt, das ist noch weggelaufen Da muss doch noch irgendwas sein Ja, ich höre selbst Der ist auf der anderen Seite hinter diesem, ähm, mit Betonzeug Ja Ja Hast du das? Ne, ist es ja Haben, 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 ist gut Perfekt Nice Ich bin da Hinter mir noch Schüsse, ob ich weiß nicht wie weit die weg waren Wir sind gerade am, äh, Setup-Questen Shotgun-Kills auf Customs Wir, wir, wir doing Woods Double Barrel next one Ähm, nur posen die alte einst und machen sie in der Factory Hast du gerade Spaß in der Factory gesagt? Ja Spaß in der Factory Ich hatte tatsächlich schon das öfteren Spaß in der Factory Okay Ist schon vorgekommen Ich fand das beim Zugucken beim Factory Clash ganz okay Ja, da hatte ich Spaß in der Factory Ich scaffe der ganze Leben Du möchtest ihn erst ausführen Oh, ich bin Tick und Schatz, ich bin tot Und scaffe dann Ich glaube, das war von der Insel. Und das Gev war safe. Ich bin auf den Kiosk, wie immer, und da ist der Mann. Sind Sie in der Fahrt, Atomic? Ja, ich bin in der Fahrt. Okay, ich habe den Spieler hier. Ich habe den Spieler auch. Wtf? Oh, wo war er? Einer war auf den Kiosk, wie... Ja. Er war an der Körner hier. Ja. Vielleicht haben wir das gleiche Mann. Ich weiß nicht, wer hat ihn. Nein, 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 nein. Ich habe den Stream gesehen. Es war nicht das gleiche. Okay. Einmal die Polizei über die Linie. Ja, ich gebe mir... Oh, da läuft was im Wald. Berg hoch, glaube ich. Wtf? Ja. Knäde nochmal oben. Boah, nur Ratten unterwegs hier auf NL. Hier sitzt irgendeiner im Busch. Hinterm Donks? Oder ist er? Haben, 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 haben. Selbe Quest. Aber ich war besser. Hehehe. Aber dann gibt es immer noch irgendwo. Ich bin jetzt auf dem Berg. Okay, ich bin Kiosk. Wo ist die letzte Position von dem Dude? Weiß ich nicht. Du hattest die letzte Position. Holt jetzt da oben auf den Berg einmal. Dann schmeiß ich auch mal eine Nelte in die Büsche. Hast du geschossen? Ja, ist das Nalper, glaube ich. Er schießt auf mich auf... Ne, 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 ist das eine Shotgun auch. Er schießt. Vorne bei der Busseite. Ich geh jetzt zur Straße und Flecken von da. Hm, Silent Calibre, Finished. Du geschossen? Ja, 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 ja. Okay. Hast du ihn getrunken? Ja. Ich denke, der Feuer ist heiß. Holy Shizzle. Down, under the bridge. Oh mein Gott, left side, left side. Ich habe einen Nade an da. Oh mein Gott. Du bist da? Oh mein Gott, ja, ich bin da. Oh, wir waren über die Brücke, sorry. Wo war es da? Es ist da. Ja, er hat ihn getrunken. Er hat ihn getrunken. Er hat ihn getrunken. Ich sehe ihn. Er ist tot. Ich habe ihn nicht gesehen. Er fuhr aus dem Busseite. Ich wollte nur meinen ersten Post machen. Oh shit. Ja, wir schauen, ob es noch ein anderes gibt. Ja, wir pushen die Shotgun. Oh, Steppen. Auf der Straße. Spieler, ja. Auf dem. Spieler, da ist noch ein. In der Busseite, left side. Auf der... Oh, wir haben beide. Holy fucking Jesus. Get rekt. Shotgun ist so OP. Auwe. Hey, you're off. Wow. Ja, ich bin alive. I was like I'm the best player in Tarkafen. That broke me both legs. Aber wenn du es gut findest, Chaibo. Moin übrigens. Dann ist er schon mal das Wichtigste geschafft, ne? Wenn die Mega-Ziege zufriedengestellt ist. Und willkommen dann alle. Wir versuchen hier den letzten PMC-Kill zu bekommen. Gleichzeitig einfach ein bisschen gear zu verlieren. Ist das ein Player und der Scarf hat den Player erlegt? Nee. Da ist ein Player, der ist gelootet. Viel Spaß damit. Frohe. He. Jesus Maria. gotcha quest dann noch mehr hier und ein helm da haben wir gleich mal was habe ich jetzt gedroppt gerade ich glaube der scapher endet gerade drüben müssen wir nicht hin wir müssen zum big red rüber was steppst du hier keine steppe da drüben ist immer noch was als ob die radde da jetzt die ganze zeit gesessen ist der ist ein scapherter sitzt da jetzt ein pmc friend von dem dude crazy dave unterwegs crazy dave der hat hit auf jeden fall der bluten gleich sims des todes ist der tod der boy wir sind so tot ne alter wir sind so kaputt ja auf dem linken bein wird es noch gehen das stimmt nice ja noch wissen wir es nicht wir werden sehen wir werden das jetzt checken du duuut hey cocksucker oh da ist er gut ich würde sagen die brauchen wir noch mal die ist auch kaputt ich glaube wir müssen uns jetzt erstmal kurz fit machen hier wenn es da gleich wieder action gibt sind wir lieber geheilt jetzt war aber tatsächlich war es vaseline aber das ist soll so ein tiger balsam zeug sein glaube ich das schmiert er sich einmal unter die nase wie wiki und dann ist er voll auf drogen der kerl ja stimmt in die augen eigentlich und noch ein körperteil meint ihr das war ein three man waren das drei primates uns der eine vorne gepusht hat mit der ump die beiden saßen einfach noch im push auch